Wie geht's heute? Gut, Dankeschön. Und dir? Ja, paar gefangen, paar gefangen. Aber ich sehe ja, ich fange ja immer hier. Immer, immer. Immer wäre schön. Jedes Mal, wo ich hier runtergucke, dann habt ihr Fisch. Ja, ich habe jedes Mal, wenn du hochgeguckt, das habe ich Fisch gesehen. Ja, so ist es was immer, nicht wahr? Wunderschöne See, nicht wahr? Ja, wirklich. Ganz tolle Anlage. Einer von meinen Top fünf oder zehn. Ja? Ja, hier das. Okay. Und er kommt ja mit Fisch zwei, dreimal pro Tag. Wunderschöner Ort. Das Wasser ist manchmal ganz kristallklar. Ja? Ja. Die zwei Seen hier mit ein bisschen größeren Fischen. Ja. Familienteich mit ganz kleinen Fischen. Ja. Aber die Fische stehen tief. Ja, ja, ja. Das, was wir jetzt... Ja, auch für mich. Alle Fische waren ganz tief. Ja. Ja. Aber du hast Kraut hier drin, ne? Ja, leider. Das kommt ja jedes Mal, wenn du ein richtig glas Wasser hast. Ja. Ja. Ja, ja. Das ist noch da. Merkste, wenn du das Glas durchsinken lässt. Ja. Dann hast du sofort Kraut. Ja, ja. Gestern war mal in einer Anlage, so viel Fisch. Ich mache das schon 25 Jahre, komme ich hier hoch. So viel Fisch habe ich noch nie gesehen. Nein. Aber wir beißen wollen sie nicht. Nein. 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 Keine Chance. Nein. Keine Chance. Wir waren letzte Woche in Brass. Da waren auch Fische überall in der Umfläche. Ja. Sofort du reingeschmissen hast, da haben die Corona-Abstand einen Meter und so herumgeschwummt oder mit Mundbind. Ja. Die hatten überhaupt gar nicht viel gebissen. Das war... Das war richtig schlecht. Spuhnen oder Gummi? Gummi, Gummi. Ja, Gummi, Gummi. Ja, Gummi, Gummi. Nicht Spuhnen heute. Nein, nein. Aber Gummi, das geht heute. Ja. Heute Gummi. Ja. Ohne Gummi geht nicht. Nein, nein. Das dürfen wir nicht. Nein. Nein, nein. Hahaha Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.